Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal und heute mal wieder alleine. Ich bin hier jetzt in der ersten Runde mit Leon am Start. Also, wie geht's euch? Mir geht's gut. Die Saison soll heute neu anfangen. Ich bin mal gespannt, wie es wird, weil bisher fängt sie nun nicht an. Wir sind auch alle in der alten Saison. Ähm, ja, ich hoffe, dass sie heute schon so, keine Ahnung, ähm, früh genug anfängt. Aber, äh, ja, jetzt sind wir in einer Runde. Es gibt ja auch diese neue Welt, äh, wo einer gegen andere, ähm, wie heißt das nochmal? Einer gegen fünf. Einer gegen fünf. So, die erste Runde haben wir schon mal. Ähm, ja, ich hab heute schon ein bisschen gezuckt. Ähm, war noch nicht so viel. Ich hab jetzt auch gerade erst mit der Aufnahme angefangen. Hier kriegen wir noch einen Extra-Stern. Also, die Saison, die jetzt kommt, sollte, ähm, also es sollte eine Dino-Brawler rauskommen. Ich bin schon gespannt, welcher, weil hier gab es ja, ähm, was? Also, der letzte Roller, der rausgekommen ist, war Mandy, glaube ich. Ähm, ja. Ähm, hier gibt es dann die neue Welt. Einer gegen alle. Ähm, ich nehme dafür mal, ähm, jemand anderes. Wie wär's mal mit... Nico? Ähm. So, dann gehen wir jetzt direkt in eine Runde. Jetzt gibt es ja auch, äh, Mecha-Cold, Mecha-Leon und so. Ähm, ja. Ich wollte mir heute, oder wann anders, Mecha-Leon holen. Deswegen bleibt dran und verpasst meine, also, ja, meine Videos nicht, wenn ihr sehen wollt, wie ich mir heute, ähm, Mecha-Leon hole. Also, Mecha-Cold finde ich zwar auch sehr cool, aber, ähm, ist jetzt nicht der Beste. Ja. Ähm. Ja, ist ja eigentlich klar, dass man stirbt, weil man kann die, ähm, nicht sofort besiegen. Bestens, wenn man nicht so einen starken Brawler hat. Also, der groß ist. Zum Beispiel wie, ähm, keine Ahnung, wie Shelly. Nee, Shelly ist schon gut. Ähm, wie, keine Ahnung. Ähm. Ähm, lass mich überlegen, was. Weil, und dann, ähm, richtig viele Weitkämpfer, wie, keine Ahnung, Rico, ähm, Dieter. Jedenfalls sowas, weil, dann wird es richtig leicht. So, wir haben den jetzt in meine Sackkasse und... Oh, ich bin gleich da oben. Ja, ähm, ja, ähm, ich hab lange keine Brawl Stars Videos mehr gemacht, ja, hatte keine Zeit, Schule und so. Ähm, ja. Was so lustig ist, dass, ähm, wir alle gegen einen Brawler spielen und dass das dann so wie, wenn man doch gegen diesen Bösen spielt. Spielern Probleme. Müsst ihr doch bestimmt kennen, oder? Oh nein, wir haben verloren. Schade. Aber, naja, zum Glück kein Trophäenabzug. Ähm. Ähm, dann gibt es hier noch andere Welten. Ähm, Rangliste sollte auch bald weg sein. Dafür sollte eine andere Welt kommen. Weiß ich alles aus YouTube-Videos. Ähm, ich gucke auch selbst da für YouTube. Ähm, schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingswelt ist. Ähm, oh. Wurde jetzt eingeladen. Cool. Äh, Excel, Wurde, keine Ahnung. Ähm. Ja, haben wir jetzt Knopf, oder wie das heißt. Ich finde diesen Namen total komisch. Naja, aber die Erfinder von Brawl Stars haben sich das so gedacht. Ähm. Ja, dann. Stubieren wir jetzt mal mit meinen Freunden. Dieser, ähm, Leon, ähm, äh, der Dino-Leon hier, der meinen Freund Lexel hat, der, den haben auch voll viele. Naja, den ganz normalen Leon haben am meisten. Weil, äh, also überhaupt, wer einen Leon hat, dann sind das die meisten. Äh, du hast keine Chance. Leider, leider verloren. Ah. Okay. Okay. Piper trifft mich mit einem Schuss. Ich hab' Leon schon auf, ähm, 10. Und mit, ähm, ja. Keine gute Runde. Äh. Ja. Ja. Ich wechsle mal meinen Brawler. So, ähm, ich nehm mal, ähm, keine Ahnung, Leon. Äh, äh, ich, äh, hoffentlich wechselt er seinen Brawler. Hoffentlich, hoffentlich. Äh, er ist noch beim Wechseln. Krass. Selten. Boah. Ich wechsle da mal doch meinen Brawler um. Ich nehm mal Shelly. Ich weiß, es ist keine schlaue Idee, aber. Wechsel. Äh, Ereignis wollen wir spielen. Äh, Ereignis wechseln. Äh, ähm, wie wär's mit, ähm, Eliminierung? Schlag ich mir vor? Ja, wir spielen Eliminierung. Aha. Ah, ist das ein Däuchernander. Leute, seid ihr bereit? Unmöglich, das Ganze. Einer wechselt seinen Brawler nicht. Dann sind wir beide bereit. Ja, ah, das kann noch lange dauern. Bereit? Alter. Ja, gut. Ich bin auch echt gespannt, welcher neue Brawler rauskommt. Es sollte irgendein Dino-Brawler werden. Also, ich weiß nicht so viel Bescheid. Ähm, also, keine Ahnung. Ja, hoffen wir mal, dass es ein guter Brawler wird. Äh, ja. 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 Ich bin down. Ich bin down. Es wäre auch richtig krass, wenn so ein, ähm, keine Ahnung, irgendein Geschmacks-Brawler ist. Also, ich weiß nicht, ähm, ich unterstütze ja, ähm, Jonyonas. Gucke sehr viele Videos von ihm. Und ich weiß nicht, ob ihr den auch guckt, keine Ahnung. Jedenfalls er, ähm, und so er, ähm, so, ich hab mal so ein Video geguckt, ähm, vielleicht müsst ihr das auch einfach so von euch selbst, ähm, dass es so welche, ähm, verschiedene Arten gibt, also, die, also, wie die, ähm, Tur, äh, Turmkämpfer oder Pizzverkämpfer, keine Ahnung. Ähm, und dann noch die andere. Und bei den, ah, Trios, Trios, ja. Ähm, und bei den anderen, also, es fehlt noch bei, ähm, Dino-Trio fehlt noch, ähm, ein Dino. Also, weil es müssen immer drei sein. Ja, und deswegen denke ich, dass ein Dino rauskommt. Also, so gesagt wurde es von den Erfindern von Brawl Stars angekündigt. Ah, wieder eine schlechte Runde. Wenn wir jetzt noch gewinnfressig anbieten. Na, leider nicht. Ah, trotzdem gute Runde, minus drei, kein Drama. Okay, also, welche Wett? Keine Ahnung. Muss los, okay, jetzt noch Maxa und ich. Lass, ähm, so. Achso, du, okay, ist auch okay. Ähm, dann nehm ich mal, Nita. Oh, ich bin bereit. Bitte noch du? Ja, gut. Nita! Ey, Jo, wir müssen sie besiegen. Okay. Ich bin der Beste, Brawl Stars. Pass einfach auf und lerne. Okay. Ihr habt ja gerade gehört, was er gesagt hat. Ja, dann legen wir mal los. Let's go. Okay. Ach, oh, oh. Nita, macht euch fertig. Jo, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich könnte auch Hilfe gebrauchen. Okay, verstanden. Gut gemacht. Ja, fände ich auch. Lass den jetzt die Runde zu Hause spielen. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Du bleibst hin, Tintin. Ich komme doch. War okay. Das war okay? Wir müssen jetzt auf Spike. Ich bin down. Nein, noch nicht. Ich bin gleich down. Nicht schlimm. Ich habe jetzt 18 Cubes. Damit besiege ich ihn. 100 Prozent. Oh, oh. Oh, 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 oh. Gut, aber das wird uns nicht aufrechnen. Jepp. Nicht schlimm, dafür sind wir Zweiter. Ja, komm, lass nach der Runde. Aber nach der Runde, ähm, dann muss ich weiter für meine Fans drehen. Ist okay. Wie findet ihr jetzt eigentlich die, ähm, Mecha-Leon, Mecha-Cold, Mecha-Mortis, also diese Mecha-Leute, wie findet ihr die? Also, ich finde, also welchen findet ihr am besten? Ich finde am besten Mecha-Leon. Ja. Leon ist ja auch mein Lieblings-Brawler. Ähm, ja, ähm, ich höre auch von sehr vielen YouTubern, dass der Lieblings-Brawler Nita ist. Weiß nicht wieso, nur weil das so cool aussieht, wie Nita das macht, weil er einen coolen Anzug hat. Also, dieser Nita erinnert mich an so einer China-Variation, keine Ahnung. Ähm, dieser Session, keine Ahnung. Oh, ich kann ja... Ah, okay. Komm, weg, siehst du. Ich bin dran, ich schnaufe lieber weg. Ich wollte, bis du gespawnt bist, dann sind wir besser dran. Okay. Ich hab ihn fast. Sorry, ich bin down. Sehr schlimm, ich mach ihn. Ah, ich hab nicht mehr viel Leben. Wir müssen diese Runde gewinnen. Ich brauch nämlich Trophäen. Bald hab ich das geschafft. Ah. Ich geh drauf. Nita, der behilft uns. Hä, schon weg? Sorry, ich bin down. Nicht schlimm, ich bin echt dazugekommen. Ich müsste dir helfen, Mama. Ist nicht so schlimm. Die werden jetzt erst bei Wonders draufgehen. Die haben zehn Cups. Das schaffe ich nicht, ja leider. Okay, kapiert. Lass erst mal Rückzug bleiben. Okay. Äh, jetzt. Ich boll einen Nita. Wird gemacht. Äh. Sorry, ich bin down. Nicht schlimm. Es gibt noch einen Gegner. Äh, leider nicht geschafft. Aber gut gespielt. Danke. Okay. Ciao. Ciao. Super selten, Leute. Super selten, super selten, super selten. Ja. Äh. Und ich würde mal sagen, das war's heute mit dem ersten Video. Und vielleicht werde ich heute noch ein Video drehen. Ja, dann. Ciao. 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 Vielen Dank.